Willkommen zurück zu Bleckmesser. Ich bin hier nur in einer Alienfabrik. Das sieht nicht gesund aus, Leute. Nee. Aber ich habe jetzt ein Ding. Weiß was ich machen soll? Ich mach es doch hier mal rein. Das ist toxisch. Wasser. Hier muss ich nicht rein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier sowieso nicht. Hier auch nicht. Hier muss ich mal hin. Hier machen wir das so. Nein. Hier steht ja dieser Heilautomat hier. Ich muss hier irgendwo reinhauen. Hier. 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 die Briefpost? Ich will meine Schrot wieder haben. Latschen wir erstmal wieder über die Ohre. Wir suchen diese Dinger, die wir kaputt schießen können. Ähm... Eis? Pff, ja. Alles, den ich hier umbringen, ey. Alles, den ich hier nur umbringen. So. Soll ich jetzt da rüber kommen, ohne dass ich Schaden nehmen? Soll ich jetzt da rüber kommen, ohne dass ich Schaden nehmen? Waschen? Ah. Hm. Ja, 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 ich verstehe. Oh, 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 oh. Soll ich ihn überraschen? Das spielte denn nicht? Okay. Oh. Ah. Er wird euch. Oh. Ah. Ja, ich schütze euch. Oh. Oh. Mal kann man. Ja. Oh. 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 Watschel, watschel, watschel. Hier irgendwas rum? Nee. Mal aere. Oh. 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 Okay. Okay. Hier runter. Ich werde ultra nervig. Ich komme dann nach. Hier. Hier, hier. Hier. Ich werde alle Hählen. Hier. Ich werde das. Was ist denn? Der ist schon gut eingesteckt, der Kollege. Na, dein Heimut ist erstmal wieder schön. Na, komm. Ja, den Siegel war auch noch fertig. Du bist nicht stark, du bist nervig. Na, oder Zeit. Oh, noch ein Ding. Die Heiltelefonzelle? Oh Gott. Was? Oh mein Gott. Oh ja. Oh, mein Gott, das ist ja hier gerade. Oh ja. Oh Gott. Okay. Okay. Oh, yeah. Okay, Fehlversuche werden also geschreddert. Wie gesagt, also die männlichen Hähnchen. Äh, die männlichen Küken. Wie gesagt, da muss ich denn jetzt... nicht rausgekommen. Du, da ist das egal. Oh, das bin echt. Immer hier, Alter. Chill, watsch, watsch, watsch. Oh, ja. Ja. Juhu. Oh, das ist Pappe. Holz. Will? So, okay. Ich kann hier also raus. Okay. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. So, das ist gut. Okay. So, das ist gut. Telefohlenzelle. Da komm ich so nicht durch, da ist ein Kraftfeld. Also muss ich irgendwie außenrum. Na komm. Ich glaube, das ist Schuss. Okay, also bin ich ausschossen. Ja. Ich bin doch schon wieder nach irgendwann hier. Oh, ich lasse hier doch nicht. Kein Marbulle. Hier ist ein Tor. Boah, total. Das ist ein Kind hier. Also jetzt mal hier weg. Hallo. Ich würde wahrscheinlich hier Rory auch packen müssen. Tschüss. Was ist das alles? Brutmutter? Nee. Äh. Vielleicht verwirrt. Hier rüber. Ja, aber das bringt mir wahrscheinlich noch nicht viel. Wie weit ich denn wieder hier bin. Ich möchte da rüber müssen. Kommt auf hier. Das schleimige Ding. Das ist ein Portal. Ach, das ist ein Checkpoint. Da komm ich nicht lang. Hier muss ich nicht runter. Hier gehen wir mal zwischendurch, weil ich bin irgendwie wieder hoch. woher ich das verstehe. Wenn der ist das nicht drauf. Ist das ein overwhelmingly wichtig? Also das nicht. Ja, das ist ja... Hier geht es. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Ich bin garantiert One-Hit bei den Dingern. Oh doch, nicht. Halb so wild. Mein Gott. Alles halb so wild. Na komm. So, also ist hier noch ein Checkpoint. Ja, wieder außen rum. Das ist hier eine rote Wand, da komm ich nicht durch. Da komm ich nicht durch. Da ist ein Checkpoint. Dann los. So. Das ist auch schon hier wieder hoch. So. Ah. Okay. Okay. Und du? Super. Gut, ich. Ja ne, ist versteckt worden. Ich muss mir einfach mal oben sein. Hallo. Hallo. Ich muss mich nicht weiter. Oh Gott. Ja, komm. Das ist ja gut. Hörlich verschätzt. Hörlich. Ja, genau. Da. Guck mal auf dieser Flashwurst hier. Hier. Da lang. In die Heilt-Telefonzelle rein. Was geht das denn? Ah, ich sehe schon. Zack. Knappern? Nein. Bist. Uh. Ah. Oh, war das doof. Ah, ok. Das ist kein vollständiger Block. Uh. Okay. So, muss ja lange mal oben sein, weil das nutzt sich ganz schön stark ab. Head geradeaus weiter. Er kann bei mir nicht weiterfahren, weil bei mir ist Genta irgendwas. Das kommt ja nicht weg. Ja unten. Hier oben drauf. Da stehst du nicht ganz. Ja, ich bin jetzt hier drinnen. Weich hoch. Und die Dinger. Und die Dinger. Du stehst nicht, bin ich sicher. Hier. Hier. Die Dinger. Die Dinger. Die Dinger. Okay. Let's go. Let's go. Hm. Yeah. Let's go. I see why I'm here. Okay. okay leute wir machen das nächste mal weiter bis dann ciao